Das Wetter macht leider einen Strich durch die Rechnung, wie immer. Ich wollte jetzt nur Leuten noch meine neuesten Erkenntnisse zeigen. Also ich bin jetzt... ...eine Pitch Curve... ...eine Throttle Curve... ...eine Gyro-Settings... ...dann gehen wir in Forward Programming... ...meine Swashblade Settings, wie gesagt für alle Modis gleich. Das hat irgendwie... ...den Integral um 10 drauf. Das ist irgendwie... ...besonders beim Tail scheint sich das... ...noch ein bisschen stabiler zu wirken bei Collective Zugabe. Irgendwie ist das Tail dann... ...gibt es gar keine... ...Ausbrüche mehr, ne? Also hinten, das bleibt echt gut stabil. Das hat was gebracht. Also das ist jetzt so meine... ...was ich alles ausgetestet habe. Ich teste das ja alles, wie gesagt... ...Setup. Da kommen wir ganz... ...zum ganz kritischen Thema Gain. Also wenn der Gain zu niedrig ist... ...das hatte ich jetzt das Problem... ...bei 5 war es eingestellt... ...flog ziemlich smooth geil, aber... ...bei Take Off... ...kurz bevor der abhebt, ne? ...macht der so einen... ...auf der linken Kurve... ...Knick nach links, ne? Also wenn ihr das habt, dann heißt es... ...der Safe-Gain-Wert ist zu niedrig. Ich habe 25 durchgetestet. 20 ist scheiße. Das ist so beim Turn... ...ist das so ein... ...so ein Eiertanz. Geht nicht. 20 ist zu viel. 15 war gut. Aber bei 15 ist... ...am Ende des Fluges... ...wenn ihr das habt, am Ende des Fluges... ...30 Zentimeter Höhe... ...probleme beim Absetzen, ne? ...öööööööööööööööööööööö... ...dreißig Zentimeter Höhe, dann heißt es... ...der Safe-Gain ist immer noch zu hoch. Also 12... ...ne? Ich habe das dann mal auf 13 gesetzt... ...das ist so ein leichter... ...schwammiger... ...aber 12, das scheint eine gute Nummer zu sein... ich drücke mir mal die daumen dass die mit es nicht wieder verstellen weil ich habe jetzt langsam dann auch wirklich bei irgendwelchen software updates wieder die safe gains verändern dass man dann wieder feintunen muss das ist nicht so lustig der envelope von 30 der ist ziemlich gut fühlt sich sehr gut an auf den sticks die haben das auch mal verstellt im flugel dann war es zu niedrig dachte ich mir komisch das war doch schon anders das dick feeling deswegen habe ich es dann wieder aufgestellt jetzt bin ich wieder auf dem alten wert 30 also der wird der ist okay der wert 30 fühlt sich richtig super duper geil an attitude ich habe es noch ein tick also das ist auch ein guter tipp niemals um fünf punkte schritte hochsetzen immer pünktchenweise und dann fliegen und sehen was passiert so gestern throttle habe ich gehabt noch mal durchgetestet bei 88 stand wie eine 1 in der luft also das waren gestern schon richtig gute erfolgserlebnisse auch was das anbelangt das hat schon mit dem safe gain zu tun und mit den pid einstellungen und mit dem envelope und mit dem korrespondierenden attitude trim wert also das hat gestern einiger male richtig gut stabil funktioniert jetzt wird es kalt hier und das sind jetzt so meine einstellungen die ich jetzt herausgefunden habe gestern hat sogar einmal der very soft motor start hat sogar einmal richtig gut funktioniert aber leider nur einmal kann ich euch auch nicht sagen warum aber also gestern bei 88 das sind so zwei meter höhe stand wie eine 1 kerzen gerade in der luft dachte mir das ist perfekt hoffen wir mal dass das jetzt so hält das system weil es waren jetzt schon richtig gute 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 flug erlebnisse wenn ihr noch so wie gesagt wenn ihr mal den optimalen stability safe gain wert gefunden habt durchfliegen 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 und dann den attitude trim pünktchenweise noch aufsetzen also wenn ich im collective so einen leichten linksdrift habe dann versucht es mal mit dem pünktchen ich habe das mal probiert nur den roll und pünktchen hoch gesetzt dann flog der helikopter aber etwas pitch nach rückwärts das war dann so ein bisschen deswegen ändere ich jetzt mal die werte immer gleich pünktchenweise roll und pitch rauf mal sehen was passiert damit hier das richtig perfekt funktioniert also das hat gestern schon mit 6 gegen wert von 12 bis zum absetzen am ende ganz leicht konnte man den helikopter absetzen ohne dass er irgendwie am boden schwammig wirkt oder oszillieren das ist manchmal wirklich schwer zu erkennen es ist der trick also wenn der safe game zu wenn derzeit gegen wer zu niedrig ist kippelt er so auf die linke kurve kurz vor takeoff dann heißt es ist zu niedrig wenn der helikopter am ende des flug ist wie das oszillieren anfängt dann ist der safe game wird noch zu hoch also wie gesagt 20 habe ich durchgetestet 15 habe ich durchgetestet 12 habe ich durchgetestet 13 12 scheint wirklich die perfekte nummer zu sein ich hoffe die lassen mir das so und dass es nicht wieder alles verstellt wird weil das sieht jetzt schon richtig elegant schön aus so in der abendsonne über so ein hohes gras zu driften zu köpfen also nicht driften köpfen die drifts wollte ich alle raus haben und wenn das dann schon richtig gut stabil funktioniert dann ist das schon richtig schönes der porsche der lüfte finde ich immer noch der porsche der lüfte md 500 vom design her drücken wir die daumen dass es jetzt hält also ich muss das noch ein paar akkulagungen durchtesten das waren jetzt meine letzten erfahrungen wenn jetzt noch der very soft motor stark wirklich schön funktioniert dann sind wir eigentlich fast durch also das habe ich festgestellt wenn der helikopter richtig schön stabil fliegt wenn es ein richtig schönes stick feeling ist auf den knüppeln den ganzen flug entlang plus die tail dreher dass der richtig schön stabil in der luft steht mit dem tail der sich das sich dritten den nose turns in roto achsen dann ist es ein richtig schönes fun erlebnis macht richtig spaß freude am fliegen das ist dann wichtig und wenn es dann sind so eine abendsonne das modell noch so richtig gut aussieht bei super duper beleuchtung auf einem schönen flugfeld in sicherheit ist es eigentlich das ist genau das muss modellbau sein und spaß machen